Leute, dies ist das nächste Perk Video. Wir starten heute mit Wraith durch. Wer noch eine Erklärung für das Perk System braucht, was in naher Zukunft in Apex Legends kommen soll, der sollte das allererste Perk Video sich noch reinziehen. Dort erkläre ich, wie es funktioniert inklusive Octane Perks. Also wer krampfhaft danach sucht, ihr müsst einfach nur das Octane Perk Video suchen. Dort gibt es eine Erklärung. Hier habe ich heute die Perks für, äh, für Lifeline wollte ich gerade sagen, für Wraith, für euch. Insgesamt gibt es 14 Perks Videos. Wir starten jetzt mit den Standard Perks. Die Stimme der Lehre zeigt die Entfernung zwischen dir und deinen Feind. Das heißt, wenn du geortet wirst und Wraith dir im Hintergrund sagt, Achtung Enemy, dann siehst du die Distanz zwischen dir und dem Gegner. Starker Perk. Zweiter, wenn du gedaunt bist, kannst du dich immer noch unsichtbar machen. Ebenfalls ein sehr starker Perk. Und das dritte erhöht die Bewegungsgeschwindigkeit geringfügig, wenn du keine Waffe in der Hand hältst. Auch ein starker Perk. Jetzt haben wir die Finisher Perks, wie bei jeder anderen Legende. Du machst einen Finisher und bekommst 100 Schaden auf dein Evo Schild. Dann haben wir den zweiten Finisher Perk. Der Einsatz deines Finisher. Füllt die Munition deiner aktiven Waffe wieder nach und du hast acht Sekunden lang erhöhte Nachladegeschwindigkeit. Ähnlich wie bei, nicht ähnlich, sondern genauso wie bei Octane. Und der dritte Finisher Perk, der Einsatz deines Finishers, lädt deine taktische Fähigkeit wieder auf. Du kannst dich wieder unsichtbar machen. Dann haben wir die Ability Perks. Die gehen auf Taktik oder auf die ultimative Fähigkeit. Das erste, deine ultimative Fähigkeit kann schon ab 50% Ladung eingesetzt werden, aber dann hast du eben nicht so eine starke Reichweite. Nicht schlecht. Das zweite, die Dauer von Into the Void erhöht sich um eine Sekunde, aber die Abklingzeit verlängert sich dadurch um 10 Sekunden. Diese eine Sekunde kann Leben retten. Das ist mal Fakt. 10 Sekunden längere Abklingzeit. Wenn man es taktisch kluger einsetzt, kann das auf jeden Fall schon eine Menge bringen. Und der letzte Perk für die Ability Perks. Die Bewegungsgeschwindigkeit innerhalb der Lehre wird erhöht, aber die Dauer verringert. Da würde ich eher zum zweiten tentieren. Ladies and Gentlemen, das waren die Perks für Wraith. Ich bin gespannt, was ihr zu schreiben habt. Wir sehen uns im nächsten Video. Adieu. Macht's gut. Ciao.